ja moin leute herzlich willkommen zurück zu let's play together tiny turners wonderlands mit dem tina turner tiny doch tiny turners wonderland so rum so war letztes mal ein paar nebenaufgaben gemacht und an diesem flip hier weggeballert ja so es ist der weg hier ist ja quasi der weg frei für die dass wir in diesem motor können aber momentchen wir haben doch hier ein paar drohen da kommen wir nicht hin oder? oh? schreinteile schreinteile 4 fehlt uns was ist das? irgendeine schreinteile? ja hier beim schreien hier fehlen uns vier schreinteile ja da müssen wir jetzt ins modernde schluchten ding da ja oder wir gehen erstmal wir haben noch eine andere aufgabe hier noch einen erz finden ja das habe ich vorhin aber ja das was ist hier später grabbügel können wir auch hin müssen weil der ist nämlich da oben und da kommen wir nicht hin was ist das hier? jar? ist das hier? 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 einfach weiter gehen so ja da oben da liegt der einzige ding noch hier aber da kommen wir nicht hin pass auf nein nicht wieder mini-kampf ey pass auf okay komm muss ich den klatschen oder was? ja ja klatschen muss ihn schlagen na gut komm trolle! oh gegen trolle! oh der hat überlebt! er hat überlebt! trolle sieht ein bisschen seltsam aus finde ich sicher erwischtest du dass du dem untergang gewalt warst! jaa macht euch dünn! oh was 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 da oben! ein hexendoktor! da weg ist er! da weg ist er! äh mini! äh wer ist der noch? ich kann es kaum abwarten! irgendwas zu zaubern! mir ist toll! was ist hier los? der racker! die kleinen racker! oah die sind noch niedergestreckt! sag ihnen dass ich unterwegs bin! wir haben mich niedergestreckt! evi habe ich gerade evi gesagt? ich bin nicht evi! ganz großer! ganz großer mit dem ding drauf! ganz großer? ja gut! ja ich bin unterwegs! mit dem stein aufholken! mit dem hinkelstein! ich glaube den hat es aufgelöst! den hat es aufgelöst! so wollen wir es denn! aus 18 ist schon da! ja und looted schon! auch morgenstern! schaden 57! ja nämlich! ja und wir würden ungewöhnlich! nahkampf! und ein akkampf! brauche ich nicht! weil auch nicht! man! 20 prozent nahkampf! schaden! ach so! so einen schutz auch gebraucht! das ist gut! das ist aber auch wieder nicht einfach! schwingen des todes! warte mal! ich röste mal einen morgenstern aus! mach dich bereit! was ist jetzt los? oh scheiße! das war ich jetzt! du bist jetzt tot! hast du getan! oh man! ich habe meine fähigkeit eingesetzt! so! was ist denn das hier? 3% saureschaden! besser oder nicht? ne! schlechter! das ist schlechter! so! hier! 93! was hatten die? die hat sogar feuer! äh! 2x28! ne! das sind die nur 40! 8! 16! ok! dann ist die hier besser! aber der hat kein feuer! ok! warte mal! ähm! jetzt soll ich... oh! nicht doch! mach du! löder kontroller! so! jetzt! so! was habe ich denn hier noch? so! welch geilen stoner knarren! was ist denn das hier? ja! schaden 60! jetzt werden zauberhaft gefeuert! wow! 8! 8 schaden! controller! blippt nicht aus hier! ich glaube du brauchst mal einen neuen controller! ja! ich brauche ihn nur dran kommen! dann wechselt der hier schon! äh! schaden nach 40 hast du das bei die! bau schaden 16! das kann ich eigentlich alles verkloppen hier! was ist das? bootpack! störung! ok! ne! jetzt kann ich alles verklopfen! ja! oh nein! ey! die muss nachladen! ja! von mir aus kann man auch! ok! also mit wappen habe ich hier echt nicht! schön dass ich so viel energie habe! wo bin ich? wo bist du? ich bin hier oben! wie kommen wir jetzt da hoch? also oben ist so ein mineneingang! da kommen wir vielleicht irgendwie raus! ja! wir müssen hier rein! hier müssen wir rein! glaub ich! in dem verlies da drüben könnte eventuell ein schreinteil sein! ja! da müssen wir hier durch! ja! auf geht's! ja! es gibt ja immer ein bisschen mehr erfahrungspunkte! mal! der macht sich unsichtbar! boah ist die knarre scheiße! boah! support! troll! boah! der ist weggeflogen jetzt! der magietank ist wieder voll! ok! der ist tot! glaub ich ja! aua! ja! kleiner schlingel! zack! an und klauer! an muster! ich kann jetzt so ein feuer vogel ablassen! viel schaden macht! feuer vogel? naja! mit meiner magiefähigkeit! boah! 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 wo bist du? boah! alter schwede! boah! alter schwede! das geht grad die party ab! wo bist du schon wo dann? der eine ist auch ein riesenfall alter! oh fuck! oh Gott! ah jetzt bin ich tot! der wirft ja mit stein! der kleine kolli hat die jackpack alter! was ist hier los? der fliegt halt mit seinem weggekommen! nein nein nein! so! musste aber... alter! auch wenn die machen gut schaden hier! jaja! ich merks! kampf verstanden! ich merke das ey! kampf verstanden! ja! alter wenig! jetzt können wir! jetzt können wir! jetzt können wir! jetzt können wir! ja jetzt sind wir hier oben! sehr gut! so gut! dann haben wir alles jetzt! was hier? eisen! nein nein! würfel! der supergenerator kann dir nichts anhaben! 20! 20! wow! wow! jetzt müssen wir zurück zu niklas! da hinten war der! warte! da müssen wir nochmal hier über die brücke! oh scheiße! bisschen daneben gelaufen! da hinten müssen wir! können wir hier oben runterspringen vielleicht? ne! ja! ne! kann man nicht einfach runterspringen? kannst du! ja! ja! ach mensch! da oben! uehh! du machst den números! über die brücke rechts! nikolais ich bin wieder im rennen wir werden ja sehen wer der wahre alchemist von uns ist brüder irgendwie ein problem zu gucken wo ich ihn hinsteuern denn alles was ich berühre wird sich in gold verwandeln okay ist noch einer unserer hauptaufgabe haben wir jetzt noch ja keine nebenaufgaben mehr bitte ja da macht die kaputt hier ja so wo geht es jetzt lang zum bade dahinten aber ob es eine schriftrolle da oben wir kommen dahin meine ahnung das ist doch mal ab geht's zum modernen genau zum mord und mörder rip wild darkness hätte ich doch jetzt so ein kinder maxi king schoko fresh ist besser wir haben den mona erreicht ja gut warte mal ich muss jetzt waffen wechseln die geht ja gar nicht was für einer findet im baden das ist unsere aufgabe äh pilzchen wilde pilze greifen uns an ja ich hab noch nie einen monenregeren haufen aus dreck und pilzen gesehen das schlägt ja richtig rollen die ein guter ausblick hättest du eine art brücke oder so was cool das ist ein zeichen und unserer quest mark kann ja den stund verkaufen da kann ich schon jetzt ist gar nicht schlecht so ein panzerfrau schrott es gibt es gesucht nach pilzen es kann auch weg muss das ganze zeichel loswerden nein nein kann alles weg und ich schiebe ich mal auf 123 vergleichen ja weg und das hat ich habe jetzt so viel zeug ich weiß gar nicht was hier was ist und das kann weg 16 schaden ich bekomme auch mal ein paar sachen kann dann auch weg muss ich noch ausrüsten 199 ich muss kurz mein schild ausrüsten so das hat 169 das kann weg das ding hier was waren das noch mal ok ist nicht schlecht was ist das hier packstörungen ich habe doch gerade eben ach so die keule habe ich ja schon ausgerüstet so aber das schild nicht und hat 99 ok gut ok da kann das weg da kann das weg ja ähm verkaufen der mächtige mike also neben questfelsen nicht annehmen da schätze ich mal oder wenn ich mal kurz so lange während du hier oben suchst genau trink mal schluck das kann auch weg dann auch weg das kann weg das kann weg die lassen wir mal 23 das kann weg so ok ja wir haben nein ich glaube ich habe jetzt alles verkauft da muss ja aufpassen ja ich glaube ich habe nämlich nicht darauf geachtet ob das auch ein dings hat äh ein häkchen dass ich das gerade benutze naja passiert halt noch kannst du noch zurückkaufen würde ich machen weil die kämpfe werden schwerer ne war nur so ein tuch da na gut dann komm hier geht es weiter ah ne ok ok ich sehe ich habe nämlich mein meteorit verkauft um glück das war das wo ist das jetzt ne ja da ist mein also wird wieder ok sehr gut hier gut dann können wir weiter gehen ja ok stimmungsumfrage stimmungsumfrage äh was hast du schild schild und energie äh 239 schild ja und 413 leben wow das 218 schild und 225 leben und wieso stirb ich das du weißt ja nicht mal ihren namen wären wir auf klündertour gegangen wie von mir vorgeschlagen hätten wir den dragonlord vielleicht aufhalten können aber nein du musstest ja den helden spielen ok die stimmung ist lass uns gut super gute fall ich habe jetzt hier abhauen alles weg es gibt ärger in der party vorsicht sie würde lieber alles in die luft jagen als ich weiß klatscherpilze gegen die kämpfen wir jetzt hier ja das wäre also erledigt verkehrt ah du sie schossen aus dem boden aus das ist noch eine nebenaufgabe help steht da was für wenige hello ja das ist noch eine nebenaufgabe help achso ja help ja 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 haben wir eigentlich wieder schon wieder alles da also oh das war so ein hey okay halblich gefährdet komm mal her ich will mal mit dir quatschen er ist so kribbelig hm ok so wo geht es weiter äh ich weiß gar nicht ich finde den baden ist unsere aufgabe halt ja dann müssen wir uns glaube ich hier hoch dahin wollen wir noch nicht fahren wow die explodieren dann headshot muss man eine spezielle fähigkeit machen mach ich ja meine ist ja mit dem adler ist ja meine akköln achso 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 mach dich bereit ich hasse dich und dich du bist okay ich hasse dich ich hasse dich und du bist okay ich spiele dich ach so ich habe nicht gesehen ich habe nicht gesehen auch der hat es mir gegeben ey wieder aufgeladen ja naja schon so warte ich bin läpp dich mal wieder zack So, auf geht's, da sind wir doch schon richtig hier. Zwischensequenz. Zwischensequenz. Ist das jetzt die Story? Ja. Oh yeah. Das soll der Bade sein. Ja, Tork ist der einzigste mit, ähm, äh, wie hat er das genannt? Ich komm nicht drauf, was er gesagt hat. Kannst du mir helfen? Nee, ich weiß es nicht, ja. Der ist auch gut drauf. Ja. Ich bin ungeachtet meiner alten kulturellen Vorurteile. Äh, 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 das dreifekt auch. Ich krieg auch gar nicht mehr auf die Käffchen, seit meine magische Laute nicht mehr funktioniert. Was stimmt mit der Laute nicht? Ich weiß nicht, sie ist aus Holz aus diesem Wald gebaut und deswegen wurde sie magelt. Hab sie in einem Muskelspielwettbewerb gegen die Faustschlagfee gewonnen. Haustschlagfee. Ja. Haustschlagfee. Ja. 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 Plötzlich greift eine Horde-Skelette die ahnungslosen Trottel im Wald an. Ah, ja. Du musst dir mit deinen Scheiben waffen und streiken, wenn nicht. Alter, ich hab nicht mal mehr die Dings, ey, ich Idiot. Ah, das ist also dein Adler. Ja, ja, dieser Feueradler. Ja. Töte Dornenwachen. Töte Dornenwachen ist unsere Aufgabe. Ah, Gott. Boah, was ist hier los? Das klingt doch wie so eine Aufgabe für mich hier. Ja. 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 Dann mach das nicht. Dann mach das hier. Kompostier sie! Level up! Level 10! Wusstest schon? Ja, ich bin schon etwas über Level 10. In deinen kleinen gruben Arsch, Alter! Gut gemacht! Ah, Mann! Wo ist er denn da oben? Irgendwo? Wo sind die denn alle? Alle hier oben! Da! Und alle weg! Ich sterbe, wie ich gelebt habe! Ich sterbe, wie ich gelebt habe! Sie scheinen nach Blut! Und Blut werden sie bekommen! Ja, und wir müssen weiter dort einen Waren töten! Ja! Ja! Oh, was war das? Ja, auch da! Er haut da was drauf! Entschuldigung! Heiliges! Das liegt mal die ganze Zeit im Inneren des Kristalls! Wie in einem Birstenkonkorn! Schlag ganz kurz und klein! Schlag ist kurz und klein! Ja, hier ist, äh... Linkssoldat! ... Ein Teil der Korruption! Oh, das ist ja meine Keule wieder! ich bin heute nicht mehr aus ich ja so akk Meine Laute, sie hat angefangen zu vibrieren, als du den Kristall zerstörst hast. Magie kommt zurück, weiter so. Ah, jetzt folgen wir ihm. Ja. Der Dragonlord benutzt also die Kristalldornen, um dem Wald Magie abzusaugen? Siehst du, das gefällt mir irgendwie. Warum machen wir nicht auch einen auf Magieräuber? Magieräuber, mhm. Wenn wir sie für verzauberte Nachttöpfe für weiche Kinder nutzen. Bäh, jetzt siehst du dumm aus. Zack. Weg damit. Oh, warum bin ich das weggeblum? Er lasst dir rum. Er hat sich im Fass versteckt, ey. Oh nein, ich bin tot. Er hat sich im Fass versteckt, ey. Komm her, du Schwein. Der Dorm steigt auf. Jetzt hab ich ihn. Meine Zauber Slots kribbeln. Ja, meine Zauber Slots kribbeln auch. Aber wir müssen hinten lang. zu dem einen Torch. Ich brenne aber ich rieche so gut. Wo ist reingelaufen? Da hoch, da hoch. Da kommen sie doch schon angeratzt, die Dinger. Küsschen. Boah, die halten aber echt gut was aus, ey. Und da sind nur feist Pilze. Ja, ich konnte hier schon als Headshots mit meiner Schrotflinte. Einer nicht um. Das ist doch ein hässlicher Feinertswerk. Hier ist eine vitale Fels. Energie, Energie, ich brauch die Energie. Boah, Alter. Boah, hier ist ein Riegelpilz. Ja, ich weiß. Ich bin gleich down. Ich bin down. Außer ich schaffe es jetzt das Pilzchen noch aufzulegen. Ja. Alter. Alter, hier hat ich bin genauer tausend. Ja, ich bin auch tot. Ey. Ja, mach doch. Drück doch X. Achso. Du musst gedrückt halten. Ja. Jawohl. Das kann ich gut gebrauchen. So. Los, Mr. Talk. I'm sorry. Oh, hier ist Skelette wieder. Ich will mal nachwechseln. Ich komme, Drorak. Der einzigste Mann mit Rückenbauchmuskeln. Ich mag es in der ganzen Solo Nummer 2. Ach, schon wieder. Ja. So, dann rauskommen. Oh. Der riecht echt gut. Ja. Der riecht echt gut. Ja. Es hat dir noch eine gegeben. Oh, genau. Das kann auch gut gut einstecken, der Dude. Oh, 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 oh. Ah, es ist jetzt. Viel. Ja. Meiner legt so langsam nach. Boah. Alter. Ganzes gleich die Flinke durch die Gegend. Boah. Ich bin auch wieder da. Alter. Alter. Schön. So. Er hat mir hochgerufen. Ne. Ich bin trotzdem hochgegeben. Egal. Macht nichts. Kostet ja nur Geld. Seine Seele verunreinigt jetzt die Gewässer der Unterwelt. Hast du gekostet? Der Unterwelt. Jaja. So. Lebt der immer noch, der Typ hier. Boah. Boah. Meine Knabe. Jetzt ist er tot. Der Lumpensack. Schott. 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 Aha! Das hört rein geworden. Dein Ernstmagier in der Verdorbenheit. Oh ja, ich seh'n. Warum, Alter, warum krieg' ich hier einfach diese bösen Typen, ey? Wo sind sie denn jetzt? Immer noch da oben. Schon liegt hier Luton, Alter. Schlechter. Schon. So. Na? Ja, warte mal. So. Wo ist er denn? Wir müssen ihn noch freuen. Heute wohl ein etwas längeres Video. Ja, je nachdem wie lange die mir so jetzt geht. Würde ich sagen. Ich kenne dieses Lach. Fällt doch irgendetwas aus. Wenn es das ist, woran ich denke, werdet ihr schreien. Einfach weiter Luftpork, einfach weiter. Alter, hat der mir eine gegeben, ey. So. Boah, da sind echt viele Skelette grad hier. Einfach durchlaufen. Oh ja. Scheiße. Boah, diese kleinen scheiß Bilder, ey. Oh, was machst du denn hier? Mitten im Angriff bin ich gestorben, ey. Komm, helf dir mal oben, ey. Lass mich schon wieder verrecken. Ja, ich muss... Ich bin jetzt von ganz hinten gerade. Warte mal. So heißen Beste des Bösen riechen den Geschrank des Heldenturms und erheben sich von ihnen. Ich sag doch, lauf einfach durch. Ein richtig großer Pilz hier. Darf ich natürlich schon ganz hinten anfangen. Ja. Warum schon verreckt das, du Fickster? Nein, Alter. Vor allem die Möllerpilze, ey. Die halten so extrem viel aus. Echt krass. Und die machen wem? Da fallen voll viel Schaden. Da schon wieder, ey. Bom, Alter. Was ist das, ey? Halbe Energie weg von so'n kleinen Rexpilz. Was? Keine Energie mehr, ey. Weil mich ein Pilz gedingst hat. Ich glaub, wir müssen doch vielleicht einige Nebenaufgaben machen, um ein bisschen aufzusteigen in den Stufen und so. Ne, wir brauchen bessere Waffen, das ist es. Auch. Aber man muss auch skillen. Na? Ich hab zwei oder drei Punkte. Ich hab's nur noch nicht ausgegeben. Ich weiß doch nicht, was der Typ hier alles beschwört. Rein doch endgültig, Mann. Geh doch nicht wieder auf. Alles muss ich nachladen hier. Ich bin nur auf der Durchreise. Ja, natürlich. Probenschütze, der verdorben hat. Das bin ich wieder, ne? Aber dies war ich nicht. Ne, ne. Dies war nicht ich. Den mal schön von der Ferne platieren. Jawohl, der ist down. Oh, komm. Dann der ist weg. Guck, okay. Opa. Haben wir's denn jetzt, ey? das herz des waldes ein noch weiter ein sie fühlt sich an als würde ich eine qualle umarmen wie als antwort ertönt durch den nebel ein erschütternder schrei ja genau das schreckliche antlitz der jetzt aber todes wie ein boss fight schätze ja ja ich habe nur dinge sehen der im kampf warte wo ist hin da oben boah ich habe mich stoppt ein ding oh nein oh 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 alter Ja, ja, fällt mir hoch. Kann ich nicht. Wieso nicht? Weil ich selber am Boden war. Ja, gut. Alter Schwede. Er läuft bei mir vorbei. Er läuft ausgallt bei mir zu drühen. Ach du Scheiße ey. Der Magietank ist wieder voll. Ja. Alter fucking hell. Ja. Oh. Oh mir geht es nicht an. Oh ja. Was ist das hier mit der Schiene? Oh ja, ich bin auch schon wieder gleich tot. Halt mir einen Platz auf der anderen Seite frei. Heißer. Nichts. Ich bin auch schon wieder gleich tot ey. Da haben sie gleich. Aber, eine Hälfte haben wir. Ah, Hälfte ja. und ich habe eine schalte fernkampf auf alle nachkampf auf mir und ich bin tot der ziel hoch lasst mich sich wieder hier liegen ja kann ich nicht versuche eine toten schädel zu killen damit bekommen haben sie hoch doch klar ich kann erst wieder zaubern wenn meine sehne ich habe keine das hat nur eine pf pf also ich brauche eine andere schade alter fuck ey ich werde den todeshof nicht so bald folgen alter tut dann bin ich wieder aber ich bin auch tot jetzt komplett ich habe wieder sagt okay macht gut schaden das gibt es doch nicht wieso wieso tötet die mich wenn ich das wurde noch keine künzige schmiede schmiede im special moment wo ist jetzt hier dahin boah dreckschädel ey wichser warte haben wir es aber gleich Oh, endlich. Wir haben's. Ja, ich bin am Boden. Eieieiei. Nicht mal eine geile Knappe oder was dabei. Ich habe schon erlebt, die Todesvieh hochstufige Charaktere völlig fertig gemacht hat. Unter uns gesagt, wir hatten mal was miteinander. Aber sie hat mich für den Mahlstrom des Endloten Wahnsinns verlassen. Okay, ich kann's verstehen. Er ist ein Traumtyp. Okay. Nein! Das Herz des Waldes ist bereits verdammt! Flächter. Ich weiß es! Du hast mit ihm... Nicht mal eine geile Knarre dabei. Ich kann... Ich werde nie wieder rennen. Find ich nicht gut. Oh, meine Güte. Jetzt haben wir's wohl geschafft. Hey! Ist da draußen jemand? Lass mich raus! Die dunkle Stimme erscheint aus einem Kristall in einem Käfig zu kommen, der vor dem verdorbenen Herzen hängt. Schieß mich frei! Wo ist er denn? Wo denn? Und da oben? Da. Da links. Das ist mein Lieblingstyp. Das Borderlands 1 glaube ich, ne? Ja. Und 2. Falschschlagfee. Oh, wie sieht der... Hat ein Röckchen an? Oh, schön. Ja, ja. Dank deines Badass-Riffs. Du bist wirklich ein Partner. Und du... Ha, 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 ha. Wenn mich einer gerettet hat. Hm. Kannst du seine magische Laute reparieren? Er muss unser Chef segnen. Ob ich es kann? Ha! Ich bin es, von dem er sie überhaupt hat. Pass mal auf! Zeig mal. Zeppy, Zeppy, Punchy, Magoo! Genau. Ja? Ist meine Laute jetzt wieder auf voller Power? Verdammt richtig! Zum Ballbrand! Kann echt schön singen. Ja. So, meine Güte, ey. Ich habe so hart geriffen, dass ich mich wegteleportiert habe. Danke, Falschlag B! Halt! Wir treffen uns bei den Docks! Tork, der Papa, erwartet euch am Stecken! Meine Güte, ey. Das ist für eine lange Aufgabe. Ja. Ja, wir sind bei 47 Minuten. Ja, komm, wir gehen jetzt noch da durch, würde ich sagen. Oder? Ja, und ja. Mit der Pause schlagt dir. Zeug zum Breithof. Ja. Es lädt. Es ladet. Es ladet. Bei mir auch. Ladet und ladet. Okay. Holen wir uns diesen blöden Segel für das Schiff. Oh, das wird klar dauern, diese Folge in den VK hochzuladen. und dann würde ich sagen wir haben 47 Minuten gerade auf der Timer Uhr dann würde ich sagen beenden wir die Folge an der Stelle und ich würde das gemacht auf jeden Fall obwohl es manchmal ein bisschen frustig gerade war aber wir haben es ja trotzdem irgendwie hinbekommen ja okay gut ich sage sehen wir uns in der nächsten Folge bis zur nächsten Folge Leute haut zu rein bis dann ciao